So, gut Morgen, sagt Harry Hurtig, wieder am Strand von Maspalomas. Was für ein Zufall, kein Zufall. Reger Schiffsverkehr heute hier an der Küste von Maspalomas. Wunderschönes Wetter, traumhaft. Heute am 23.11.2016. 25 Grad haben wir jetzt morgens um 9.38 Uhr. Ja, was gibt es mehr zu sagen hier? Nichts mehr sprachlos, keine Worte. Wunderschönes Wasser heute. Menschen, die sich freuen, hier zu sein. Und Sie können das auch, wenn Sie die passende Immobilie suchen. Finden Sie die auf www.check7x24.com Harry Hurtig mit dem neuesten Wettervideo vom Strand in Maspalomas. So, und mit diesen Feldern verabschiedet sich Harry Hurtig und sagt Tschüss. Bis morgen.